Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf eurem Lieblingskanal. Mein Name ist Flavo und seit dieser Supermarkt-Katastrophe, wo ja auch gezeigt wurde, dass ich arbeitslos wäre, kann ich nur müde ins Gesicht lachen, weil jetzt habe ich endlich einen anständigen Job gefunden, nämlich ich muss heute mal Redville aufräumen und ein bisschen sauber machen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, es wird bestimmt nicht gruselig. Redville 1976. Aha, mit dem Job geht's los. Wir haben einen Nachtschub. So, vier Tüten left. Ah, wir müssen Müll einsammeln. Wir sind bei der Müllabfuhr. Ein wichtiger Job. Hallo? Wie geht das? Ah! Ein Wunder der modernen Technik. Ja, alles klar. Na. Na. Joa. Oh, come on. Hä? Ich will's doch bloß da reinschmeißen. Ha! Warum geht das nicht da rein? Ach, komm. Ich kann ihn bloß. Hä? Möchtest du da reinschmeißen? Ach, komm. So. Zack. Tsch. Tsch. Unverschämtheit. Immer noch vier Packs left. Ah. Wie kann ich fahren? Ich will fahren. Hallo. Ah. Man kann auch rückwärts fahren. Tü. 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 Ah. Nein, ich will jetzt nicht exitten. Ich will in die andere Richtung fahren. Kann man da irgendwie hinfahren? Boing. Ey. Boah. Also die Steuerung ist wirklich weltklasse. So. Entschuldigung. Muss man in die andere Richtung fahren? Ich glaube, wir müssen die Müll erst einsammeln, dann. Oder? Kann man ja nicht drehen und in die Richtung fahren, da. Ah. Ist das nervig. Ich glaube, jetzt haben wir uns völlig verfranst hier. Aber man kann die Mülltüte. Nee. Kann ich ja durchlaufen? Fuck. Nee. Auch nicht. Ach, Menno. So. Ich versuche nochmal zu wenden. Nein. Ich will in die Richtung. Ah. So. Jetzt geht's los. Nein. Also man muss den Müll einsammeln. Sonst kommt man nicht weiter. Okay. Moment. Wir fangen nochmal von vorne an. Red Rail 1976. So. Jetzt aber. Jetzt sind wir ein bisschen engagierter hier. Warum kann ich den hier nicht nehmen? Aha. Okay. Aha. Geht ab. So. Und jetzt. Das Teilchen hier. Geht doch. Check. So. Empty is a truck before dumping. Hä? Wie soll ich ihn dump... Wie soll ich ihn empty machen? Hä? Ah. Äh. 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 Hallo. Ich. Das kapiere ich nicht. Ah. Hä? Muss ich dann noch was machen? Okay. Muss ich dann noch irgendwas drücken? Ja. Jetzt habe ich es kapiert. Das muss einem doch auch gesagt werden. Es ist halt der... Es ist der erste Tag. Äh. 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 Die erste Nacht. Da kann man auch mal Fehler machen. Hm. So. So. Müll entsorgt. Und weiter geht's. So. Auf eine schöne, ruhige Nacht. Und weiter geht's. A Topla Ghost production. Slow down. Hm. Ja, wir machen es schon schön gemütlich. So. Schöne Landschaft. Wollen wir hier mal ein bisschen aufräumen in Red Will. Moment, ich gucke mal geschwind, ob ich überhaupt aufzeichne. Oder alles. Ja, perfekt. So, hier ist abgesperrt. Wo müssen wir hin? Ich schätze mal, wir müssen jetzt überall den Müll einsammeln, oder? Ist hier irgendwo Mülltonnen? Warum laufen wir hier in der Nacht in... Die Häuser sehen irgendwie alle gleich aus. Irgendwie nicht sehr angenehm. Ah, da steht schon was. Hallo, ich will ein bisschen weiter vorfahren. Ja, meine Güte. Da hole ich den Müll eben. So. Ach, das ist ja vorne und... Ah, wir müssen hinten rein. Ich fände es eh ein bisschen doof, dass ich alleine arbeiten muss. Ist man bei einer Müllabfuhr nicht immer mindestens zu zweit, einer fährt und einer bringt den Müll rein. Die Tüten... Die Tüten... Die Tüten... Naja... Langsam haben wir den Dreh raus. Die Tüten... So. Das stelle ich jetzt gerade. Da wieder ab. Ist mir egal. Ja. Service-Wüste, Red Will. So, muss man da auch wieder zumachen. Damit es nicht stimmt. Hallo? Ah, wir hängen da am Pfosten fest. Ach, schön. Ich habe meinen Müllabfuhr-Führerschein nicht gemacht. Ich fahre ohne Führerschein hier. So. Stop, 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 stop. Zwei Tüten sind noch. Muss ich noch machen. Sonst wird mein Chef nämlich sauer. Wer immer auch dieser Chef ist. Und hier ist noch eine Tüte. So. Damit Red Will schön sauber wird. Ah, und weiter geht's. Das Spiel habe ich jetzt verstanden. Diese Straßensperren verschwinden, wenn man den Müll eingesammelt hat. Easy peasy. Warum fahren wir am Gehweg? Ah. Und zack. Halt, 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 halt. Halt, halt, halt. Stopp. Aussteigen. Ah, dann noch A. Ah, dann noch A. Ah, dann. Ui, da hat wohl jemand Ketchup ausgeleert. Oder? Ja, ha. Oh, nicht die fein englische Art. Wie kann ich die Mülltonne nehmen? Ah. Das ist nur Ketchup, liebe Kinder. Ach, das ist vorne. Oh, ich verwechsel's immer. Das sieht vorne irgendwie aus wie hinten. So. So, ich stehle den Mülltonn einfach irgendwo. Ja. Selber schuld. Wenn man das Ketchup da auch so rumliegen lässt. Das ist ein Lebensmittel, ja? Tschu. Ah. Ich frage mich, warum die Häuser alle gleich aussehen. Vor allem, die Häuser haben dieselbe Farbe wie die Mülltonnen. Und auch wie unser Auto. Ah, ich weiß, was das ist. Das ist so eine Arbeitersiedlung. Es gibt ja Firmen, die bauen ja ganze Wohnsiedlungen für ihre Mieter. Ach, eine Tüte fehlt noch. Und wahrscheinlich ist das hier die Wohnsiedlung von dieser Müllabfuhr. Ja, hab mal. Ähm... Wo ist denn eine Mülltüte? Sag mir nicht, ich muss in ein Haus reingehen. Habe ich ja gar keine Böcke drauf. Ähm... Nee. Ah! Ähm... Ich mach die Augen zu. Weil irgendwie flackerndes Licht... Bei einem Drahtenlicht ist es irgendwie ein bisschen unheimlich. Einen Schluck trinken. Hm. Immer trinken. Trinken ist wichtig, ja. Ah! Ja, natürlich aufmachen. So hat man mal hine. So hat mein Boss sauer. Von, ähm... So. Von dieser Müllfirma, ja. Baby, you can drive my car. Du, 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 du... Ah! Stehenbleiben! Ja, irgendwie nicht so viel los ist. Oh! Habt ihr das gerade gesehen? Da war gerade jemand. Und hat die Tüte dahin geworfen. Sag mir nicht, ich muss da... hin... Ich will erst mal das hier machen. Aha! Oh! Ich mach die Augen zu. Ich hab Angst. Oh! Warum tut ihr das dem Red Panda an? Dem armen Red Panda. Ich will nach Hause. Ich will lieber wieder Fantasy-Spiele spielen. Da will ich lieber in Ori... Ori den Ginso-Baum fest sitzen. Als das hier. Das ist ja... Was, zwei Tüten noch? Ich muss da hin. Okay, liebe Leute, ich mach die Augen zu, ja? Hm? Schön weg! Weg, 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 weg! Ja, gut? Okay. Eine Tüte fehlt noch. Wo ist die letzte Tüte? Wo ist die letzte Tüte? Ich will nicht dahin, wo das Licht flackert, wo es dunklen ist. Ich habe Angst. Hallo? Hallo? Irgendwo muss noch Müll sein. Wo ist der letzte Müll? Nein, nein, nein. Was? Was? Das ist ja noch eine Tonne. Sind das die Tonnen, wo wir gerade abgestellt haben? Ja, ach, sind ja eh leer. Oh, da hängt ja eine Briefschir. Ja, diese Zeichen werden nicht immer hier sein. Welche? Welche Zeichen? Was, zwei Tüten fehlen noch? Willst du mich verarschen? Hä, wo soll denn da noch was sein? Die hier? Ja. Ach, erst wenn es runter ist, ist es... Ach, komm! Und du lässt mich hier rumlaufen? Ey! Ich werde hier nach Akkord bezahlt, ne? Äh, nach Tüten bezahlt. Hallo? Ich möchte weiter. Ah! Also ich rufe gleich beim ADAC an. Hallo? Hänge ich wieder in so einem Pfosten da fest? Was ist denn das überhaupt hier für eine Technik? Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Warum habe ich so Angst? ist nervig diese posten dane also das sind die vollpfosten da wird es einfach wieder auf der straße stehen ist mir wurscht ja anhalten anhalten warum habe ich eigentlich so angst irgendwie irgendwie ist es so das ist so unangenehm wahrscheinlich nennt man es deswegen horror game aber horror games sind absolut nicht okay ich will nach hause Ach, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will doch nur meinen Job machen. Da, Müll, scheiß Dreck. Wie viele fehlen noch? Äh, Kanaldeckel, Kanalerkrante. Ah, da vorne noch, da ist auch wieder ein Briefchen, ja. Wo sind sie versteckt? Im Kanaldeckel vielleicht? Oh, diese komische Stille. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Also, ich werde als nächstes wieder Fantasy spielen. Und wenn ich mich mit Ori irgendwie rumquäle, anhalten. Das ist mir egal. Aber das ist nichts für mich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr eher Horror sehen oder wollt ihr eher Fantasy sehen. Schreibt bitte Fantasy, ja. Das, das ist, äh, da fehlt immer noch ein Beutel. Ach. Okay, weiter geht's. Oh. Ich mach die Augen zu. Ich mach die Augen zu. Ich mach die Augen zu. Ich mach die. nicht mit geschlossenen Augen Auto fahren. Ja, ein Brief. Wo versteckst du sie? Ich verstecke gar nichts. Ich bringe nur den Müll weg. Ich mache nur meine Arbeit hier. Ja, das ist ein gut bezahlter Job. Ein wichtiger Job. Die Leute wollen ja schließlich ihren Unrat loswerden. War mir schon, oder? Ich fahre mal weiter. Wo dieses komische Schild so dort steht. Und irgendwie das nicht so anhalten. Wenn alles irgendwie so unangenehm aussieht. So. Habe ich auch mein Mikrofon an? Nicht, dass ich hier rede und rede und man hört mich nicht. Ja, ich habe es rein. Wunderbar. Ich kriege schon Paranoia hier. Oh. Die Häuser sind... Ah! Was war das? Was? 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 Ich hab Angst. Ich mag das nicht mehr machen. Mach schon! Hopp! Ich will nach Hause! Um meine Pizza und mein Cola. Ach, pff! Ich will, ich will nach Hause. Ich hab so Angst. Ich, ich will, da bin ich lieber arbeitslos wie so ein Job. Das ist ja, das ist ja voll da. Stopp! Stopp! Okay. Müll, 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 Müll. Müll. Ach, das war nicht so. Oh, mach noch etwas anderes. Warum mach... Ah! Ihr könnt ruhig in den Chat, äh, ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben. Äh, äh... Hasenfuß! Du bist ja so ein Schießer. Aber ich finde das ganz schlimm gerade. Ich weiß nicht. Ähm, da vorne geht's weiter. Wir fahren jetzt einfach mal weiter. Ja... Was soll schon passieren? So... Ach, mit Augen zu! So... Das ist nicht gesund. Das... Das ist absolut... nicht... nicht gut für mich. Ah... Boah, da rum, boah, boah... Was war das? Ist da noch was vorbeigelaufen? Ach, du Schande. Ich werde viel zu schlecht bezahlt. Hier. Viel zu schlecht bezahlt. Viel, viel mehr Geld müsste ich verdienen. Da lauert jetzt bestimmt auch wieder was. Ich spüre es. Na? Oh, ich kann mehrere. Ein Messer? Alles? Alles klar. Alles klar, Chef. Kann man das Messer auch nehmen? Nee. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ah. Oh. Oh. Da. Habt ihr das gesehen? Da vorne steht was? Was? Ich habe... Ah. Ah. Was? Man sollte nicht die Augen beim Fahren zumachen, aber es ist so schlimm. Ich trau mich nicht zu gucken. Halt, halt. Ich muss meinen Müll einsammeln. Nee, waren wir da nicht gerade? Oh Gott, oh Gott. Soll ich da wirklich hin? Komm, scheiß dran. Anlegg mich doch einfach am Arsch. Okay. Wieder ein Brief. Du bist sehr gut im Geheimnisse für dich bewahren. Ja, ja. Ich sag niemand was. Ich sag niemand was. Mein Kanal hat ja kaum Zuschauer. Von dem her passt es, ja? Passt schon, wie der Bayer sagt. Wann ist dieses Spiel endlich vorbei? Ich will nach Hause. So, da. Oh, was, das war's noch nicht alles? Kann ich nicht mal Musik hören beim Fahren? Oh, mein Gott. Ich mag nimmer. Also... Das ist nicht gespielt, ne? Ich hab wirklich Angst. ich mag so was ich mag solche spiele gar nicht und deswegen spiele ich damit ihr nicht spielen müsst ganz im ernst das sind ganz tolle spiele ja das ist ein ganz tolles halt ich will aufsteigen das ist ich will den brief lesen das ist ein ganz tolles spiel lügen du lüge belügst deine freunde und familie ja 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 ich habe gelogen ich habe gelogen ich war ich die ich bei jede sünde hier wenn es sein aber das ist ja gesehen da hat sich was bewegt da jemand in mein auto eingestiegen ich werde nur noch splatoon spielen ansonsten nix warum ist es so dunkel hörte es jemals auf zwei zwei habe ich nicht mal ich habe keinen oh mein gott das scheiße das ist so scheiße es ist nur wasser sehr erfrischend okay 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 alles okay alles okay es ist nur wasser ein pack fehlt noch oh oh man oh mein gott sag mir nicht ich muss hier irgendwo ins dunkle jetzt laufen was soll das sein mal zurück ja da plätscherts wasser da ist nix da ist nix da ist nix ah ah ich hab's da oh gott oh gott oh gott oh gott ab und zu ab und zu ab und zu ab und zu ja pick up ich hasse jumpscares ich hasse dieses erschrecken ich hasse das aber ihr 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 wollt es ja ne ihr wolltet es ja dass der red panda hier der arme der arme flaffo hier leidet na ja das wasser läuft ach ich komm komm an nein die richtung ich will das ist echt scheiße ach wie schön oh gott aber erstmal die posten ließen die alle kinder ein geheimnis jahr ich arbeite bei mir abfuhr hat man ein geheimnis um also wir wollen immer wir wollen wir wollen nach hause da nimm dein scheiß was war das noch nicht alles oh gott ist das scheiße ok da hat jemand seine ketchupflasche da reingeworfen ja wir sind sehr beliebt in dem städtchen hier ich bringe ich bringe euch den müll weg und ihr dankt mir damit damit jemand auto kaputt schlagt ich rufe die polizei wo ist die polizei wenn man sie mal braucht da ist noch was hallo ist diese scheiß mülltonne da das ist ein dreck da mensch mal hinne schwarze mülltüten ich hasse sie morgen werde ich meinen job kündigen ja bin ich ja lieber arbeitslos wo ist noch müll da steht was an dem haus nicht da gehe ich nicht hin da gehe ich nicht hin nein nein da gehe ich nicht hin was steht denn da du was steht da was steht da du lebst eine lüge ja ja ich liebe eine lüge ich liebe eine lüge oh nein ein päckchen fehlt noch ja ja ich weiß ich lebe eine lüge ihr seht das doch auch ne muss ich jetzt da wirklich hin ne 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 wird dann wahrscheinlich der müll da weg ich laufe jetzt dahin sitzelt noch da nein gott ist das scheiße gott war's das jetzt kann ich jetzt endlich nach hause fahren Ach Gott, nee! Oh, nicht dein Scheißernst. Nicht dein Scheißernst. Oh. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Wie lange müssen wir eigentlich noch den Müll entzeugen? Müssen wir uns tausendmal erschrocken haben? Ey, ist das scheiße. Ey, das ist so scheiße. Aha. Oh Gott. Wir müssen das gerade mal einsammeln. Nee, müssen wir nicht. Ha, ha, ha. So. Nee, 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 nee. Nein, ich fahre weiter. Halt. Ha. Die Lenkung ist wirklich richtig, richtig kacke. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum man für LKWs oder so einen extra Führerschein braucht. Okay, jetzt wird es rot. Ich habe mich verfahren. Ja, Entschuldigung. Ich will nur nach Hause. Ach, bleh. Ich will nur nach Hause. Muss ich den Müll auch einsammeln? Nee, ich fahre jetzt einfach weiter. Ihr könnt... Oh Gott. Oh mein Gott. Da. Wie sieht es denn hier aus? Nee, nee. Nein. Sagt man es nicht, dass ich neun Säcke auch... Ach, Mann. Ich mag nicht mehr. Briefschat. Warum sind... Habe ich die... Habe ich die Jungfaden? Warte mal, Neuromas. Wir haben sehr viele Leute umgebracht. Okay. Ich fahre vielleicht noch mal ein Stück zurück. Ich fahre noch ein Stück zurück. Ich fahre noch... Ich fahre noch... Oh nee, ich will das nicht zu Fuß machen. Nee, so rum. Nee, so rum. Gut, dann mach ich's halt zu Fuß. Meine Güte. Leck mich doch am Arsch. Wo sind hier noch Mülltüten? Dann nehme ich halt euren Müll mit. Oh, da ist noch ein Brief. Wir werden dich nicht verletzen. Wir brauchen dich. Ach, danke. Vielen Dank. Das ist ja sehr nett. Mir Angst machen? Ja, das kann man. Dem armen Red Panda Angst machen. Verletzen? Nee, 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 nee. Wir brauchen dich ja wahrscheinlich, um hier irgendwelche Leichen zu entsorgen oder so. Bäh! Muss man mir dann so Angst machen? Oh! Wo ist denn jetzt der Hebel? Ach, schön. Da kann ich jetzt da... Da komm ich gar nicht dran. Och, nee. Hab ich das Spiel jetzt kaputt gemacht? Oh, haha. Hahaha. Der schlechteste Müll bei aller Zeit. Ach, mach. So. Da. Bäh! Kann ich da außen rum? Wo ist noch was? Ach, da, wo vielleicht sich da was bewegt hat. Muss ich da hin? Ich laufe da jetzt einfach hin. Es wird schwer genug, dann die Karre da wieder raus zu manövrieren. Oh, Gott. Oh, haha. Nee. Wo ist denn noch was? Scheißdreck. Kannst du ein bisschen schneller laufen? Ah, da steht noch was. Ah, nee. Die hab ich ja da gerade hingestellt. Ach, shit. Hm. Die hier? Kann man die aufheben? Hallo? Hä? Ich kann das nicht aufheben. Aha. Aber was haben die armen Straßenlaternen dir getan? Okay. Vier Tüten fehlen noch. Willst du mich verarschen? Okay, da ist noch einer. Drei fehlen. Wo sollen die noch sein? Wie soll ich die? Ah, das war wahrscheinlich wirklich die, ne? Das war wahrscheinlich wirklich die, ähm, diese Tüte da, die da, wo sich was bewegt hat. Oh, nein. Nein. Oh, nein. Das hat man davon, wenn man, äh, wenn man zu faul ist, ne? Oder zu viel Angst hat. Haha. Oh, ich kann, ich kann, ich kann wieder zurückfahren. Ach, wie schön. Warum kann ich hier nicht weiterfahren? Na also. Ach ja, komm. Nee, ich will die Richtung. Ach. Also, die Lenkung ist echt shit. Das hätte man auch einfacher machen können. Kann man jetzt mal in den Himmel machen? Danke. Ich muss da noch was einsammeln, ja. Oh, da war doch noch. Da muss doch irgendwas gewesen sein. Nein, ich will nicht exigen. Ich will weiterfahren. Da noch was? Oh, komm schon. Das nervt. Ah. Da ist er noch. Da, wo sich was bewegt. Okay. Da wird jetzt gleich was rausspringen, ja. Viel Spaß. Ah. Das war nur eine Art. Das sollte sich besser beeilen. Das wird hier rot. Ja. Ähm. Hat aber gar nichts drin. Das war eine Verarsche. Ah. Aber es fehlt doch noch drei Tüten. Wo sollen die noch sein? Hä? Hä? Wo fehlt denn da noch was? Komisch. Jetzt guck ich mal. Da. Nee, da ist nix. Da. Da ist nix. Ich soll ein bisschen langsamer fahren. Mann. Ach komm. Ey. Bloß mal mal jetzt ein bisschen an dem, an den der Pfosten da hängt. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Also das ist doof. Bloß mal mal ein bisschen an den Pfosten hängt, kommt man schon nicht mehr weiter. Dat is doof. Ach komm. Ist das jetzt ein LKW-Simulator oder ein Horror-Game? Problem. Also. Oh, Mann. Ja. Ey. Ich geh gleich zu Fuß. Ah, jetzt ist es. Nee, ist es noch da. Hä? Was soll da noch was sein? Das kann ich nicht aufheben da. Hä? Das ist ja blöd. Ach, Mensch. Weil das ist die, wo wir hingestellt haben. Da ist nix mehr drin. Hä? Obwohl vielleicht funktioniert es. Wollen wir mal gucken. Ja, die sind leer. Scheißdreck. Ach, Gott, nee. Ach. Ja, und jetzt? Ach, Meno. Ach, das ist jetzt doof. Liegt da noch was? Das ist jetzt doof. Ja, da ist noch was. Aber das kann ich nicht aufheben. Hä? Ah. Hä? Ah, wahrscheinlich... Ah, wahrscheinlich die... Habe ich die umgefahren vorhin? Habe ich das Spiel kaputt gemacht, weil ich jetzt die Mülltonne umgefahren habe? Muss ich die wieder hin aufrichten? Muss ich da dagegen fahren und die aufrichten oder so? Oh, Manno, ey, das ist ja nervig. Weil ich habe ja keine Arme und Hände, um die jetzt einfach aufzuheben, oder? Aha. Die bleibt aber auch nicht stehen, ne? Ah, jetzt. Jetzt funktioniert es. Ey, also... Leute! Also... Gut, wahrscheinlich haben die Spieleentwickler nicht damit gerechnet, dass man die Mülltonnen auch umfahren könnte, ne? So, ich lasse es einfach auf der Straße stehen. Leck es mich doch jetzt gerade am Pelz, ne? Ich will jetzt endlich hier raus. Ich hoffe, das war jetzt das letzte... Das war jetzt endlich... Heimfahren können. Oh, ey, das ist nervig. Ist das blöd. Das ist kein Horrorspiel. Das ist ein Fahrsimulator. Mit ein paar Jumpscares, kleine. Und... Das ist abgesperrt. Halt! Da... Da ist die Straße. Goodbye. Ah, tschüss. Das ist... Ah, 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 ah. Ey. Pfff. Fahren wir jetzt zur Müllverbrennungsanlage, ja? Ah! 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 Äh! Oh! Ein... Es ist Zeit für dich, deinen Warnjob ins Auge zu gucken. Eine Tüte ist noch... Ah, okay. Ja. Ähm. Liebe Zuschauer, ihr habt nix gesehen, gell? Ihr habt nix gesehen. Ähm. Hehe. Ihr habt nix gesehen, gell? Ihr habt nix gesehen. Schreibt in den Chat, Hashtag nix gesehen. Hehe. Äh, ich mein... In die Kommentare. Das ist ja nicht live. Äh, ich mein... Äh, 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 äh. Für ein kurzes Horrorgame ist es ganz schön lange. Fast eine Stunde. Hahaha! Uff! Ich mach euch die Musik mal ein bisschen lauter. Die ist nämlich wunderschön. Was? Redville Gramatorium? Aha. Genießt einfach jetzt mal die schöne Musik. So, das war Cleaning Redville. Wir haben in Redville mal ein bisschen aufgeräumt. Wenn euch das Spiel Spaß gemacht habt, ein Link zu dem Spiel ist in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Äh, ich hoffe, ihr habt, äh, äh, bis... Vielen Dank, dass ihr bis hierher geguckt habt. Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr gelangweilt, ja? Ähm, ich hab mich überhaupt nicht gelangweilt. Ähm, das war's, ähm... Und, ja... Und ich suche mir jetzt einen neuen Job. Aber nicht mehr bei der Müllabfuhr. Bis dann. Macht's gut. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Und schlaf gut. Tschüss! 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 Hm!